Haben gesetzliche Rentner Anspruch auf die Energiepreispauschale ab dem 1.9.2022? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Deutschland fiebert der Energiepreispauschale entgegen. Diese startet am 1.9.2022. Der Anspruch auf die Energiepreispauschale entsteht genau am 1.9.2022, so sagt es uns § 114 Einkommenssteuergesetz. Jeden Tag erhalten wir hier Anfragen zum Thema Energiepreispauschale, unter anderem diese. Ich beziehe seit dem 1.3.2022 meine abschlagsfreie Altersrente. Ich war vom 1. Januar 2022 bis zum 28.02.2022 ganz normal arbeiten und habe lohnsteuerpflichtiges Gehalt bezogen. In meiner Familie gibt es immer wieder Diskussionen zur Energiepreispauschale. Kann ich verstehen, wir diskutieren auch sehr häufig drüber. Ein Schwager von mir, der im öffentlichen Dienst arbeitet, behauptet, ich hätte keinen Anspruch auf die Energiepreispauschale, weil ich am 1.9.2022 kein Arbeitsverhältnis mehr habe und nur noch Rentner bin. Kann das so stimmen? Absolut nein. In Ihrem Fall ist die Aussage Ihres Schwagers einfach falsch. Es ist richtig, da würde ich jedem Recht geben, dass Sie keinen direkten Zahlungsanspruch auf die Energiepreispauschale gegenüber Ihrem Arbeitgeber mehr haben, denn zum 1.9.2022 würde ein solcher direkter Zahlungsanspruch zumindestens ein erstes gegenwärtiges Dienstverhältnis voraussetzen und das liegt bei Ihnen nicht mehr vor. Da Sie aber im Jahr 2022, im Veranlagungszeitraum 2022, so fordert es der § 113 Einkommenssteuergesetz, steuerrechtliche Einkünfte aus einer nichtselbstständigen Tätigkeit oder Beschäftigung als Arbeitnehmer hatten, steht Ihnen sehr wohl die Energiepreispauschale zu. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob dieses Arbeitsverhältnis direkt am 1.9.2022 bestanden haben muss oder nicht. Es spielt auch gar keine Rolle, ob Sie Rentner sind oder nicht. Denn ausreichend für den Anspruch auf die Energiepreispauschale ist allein die Tatsache, dass Sie im Jahr 2022 an irgendeinem Tag in diesem Jahr Einkünfte aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit hatten. Sie können sich also die Energiepreispauschale über die Steuererklärung 2022 vom Finanzamt holen. Ein direkter Zahlungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber besteht aber nicht, hatte ich schon gesagt. Und so wird es wahrscheinlich vielen gesetzlichen Rentenbeziehern im Jahr 2022 gehen. Entweder haben Sie noch einen direkten Zahlungsanspruch auf die Energiepreispauschale gegenüber dem Arbeitgeber, weil Sie am 1.9.2022 in einem laufenden ersten Dienstverhältnis stehen oder einen Minijob haben, einen pauschal versteuerten Minijob haben oder wenn Sie davor oder danach steuerrechtlich anerkannte Tätigkeiten ausüben, die in § 113 Einkommenssteuergesetz erfasst sind. Ob Sie da eine Rente beziehen oder nicht, auch das hatte ich schon erwähnt, ist in diesem Zusammenhang völlig egal. Alle gesetzlichen Rentner, die im Jahr 2022 Einkünfte nach § 113 Einkommenssteuergesetz beziehen, haben Anspruch auf die Energiepreispauschale. Entweder direkt vom Arbeitgeber oder zu guter allerletzt vom Finanzamt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank.